so hallöchen herzlich willkommen zurück zu kingdom come deliverance ich bin der frankonja wir sind immer noch im walde und suchen und suchen diese drecks dinge hier könnten eigentlich tatsächlich noch mal so weißt was wir laufen jetzt noch mal hier runter zur feier des tages richtung mond entlang finden kann ich glaube wir brauchen brauchen hier glaube ich auch großartig gar nicht mehr nach rehe suchen zumindest in der jetzt eigentlich zumindest jetzt in der nacht eigentlich nahezu aus das dachte ich schon das ist irgendwie so westen dass das in der nacht jetzt eigentlich ausgeschlossen ich treffe nicht einmal am lichten tag die vier von fünf meter entfernung dann können wir glaube ich auch nicht davon ausgehen dass wir das jetzt schaffen würden wo was machst du hier junge der wanderer so was hat der feines na wenigstens ein bisschen kohle wenigstens ein bisschen kohle so dann laufen wir mal wirklich hier entlang gehen wir noch mal hier quer fällt ein in den wald so wie sie sehen sehen sie nichts was machen wir als nächstes gute frage muss ich mir was überlegen mit dem rehen wie wir das am besten machen wir könnten natürlich auf wildschwein abgehen dass wir das dann wenigstens noch machen oder was sind wir schon hier wo wir sein sollen wir gucken noch mal tatsächlich wissen wir schon hier gut dann vor ist halt jetzt schwierig ist halt jetzt schwierig so wir sind hier mitten in der pamper komm weißt du was dass wir hier das alles haben dass wir hier das alles haben dass wir hier das alles haben laufen jetzt noch mal geschwind darüber und dann wer weiß vielleicht finden wir noch mal irgendwie eine schatzkarte beziehungsweise den ort einer schatzkarte haben wir ja in der letzten folge auch eine gefunden ganz zufällig und ja vielleicht haben wir jetzt da heute auch glück was das angeht so ist jetzt eigentlich doch auch ein bisschen das stückchen wo wir hier laufen müssen aber das geht schon so das war schon so so dann drehen wir mal weiter also irgendwann müssen wir jetzt ja auch mal hier raus kommen das gibt es ja nicht wie groß ist denn der wald wenn ich die provinz verlassen will muss ich ein rat sich um erlaubnis bitten also sind wir schon etwa hier oder wie ich könnte ja theoretisch interessanter ort waren wir waren natürlich da schon aber ja ja ich weiß ich bin hungrig aber wir haben ja noch genug energie so ja gehen wir mal hier rüber noch ja ja nicht durchdrehen hier Heiner nicht durchdrehen es ist hier noch tatsächlich alles im grünen bereich so so ah wie schön die Sterne so dann laufen wir mal hier rüber ja da geht es jetzt hier doch ein bisschen bergab so hier seht ihr nachts im wald da 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 boah fuck ah jetzt haben wir auch noch die Haxen gebrochen ich seht schon selber nachts im wald wenn ich mich nicht gerade selber umbringe ist hier nicht viel los boah was ist da gelaufen war das jetzt ein Reh oder nur boah was ist das ach das ist die Wasserspiegelung gewesen ey leck mich doch am Arsch sooo wir haben kurz vor 23 Uhr dann hätte ich gesagt komm dann hätte ich tatsächlich gesagt gehen wir nochmal da rüber die Haxen gebrochen zwar leicht lädiert aber ja geht schon Schlafen wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Eigentlich könnte sie sich ja hier hinlegen, ne? Feuer machen, Runde pennen, aber wir können hier nur warten und wir werden jetzt dann auch mal warten. Wird zwar dann noch mehr dazukommen, dass wir dann auch müde werden und unser Bein dann auch nicht verheilt, aber irgendwas ist halt immer. So, ich würde halt doch jetzt gerne auf Reha gehen, ne? Also. Also. Sehr schön, weißt du was? Und hier warten wir jetzt neun Stunden. Ja, leider wird natürlich Gesundheit auch nicht besser. Ich hoffe jetzt nur, dass er sich nicht noch mehr verschlechtert. Hunger habe ich aber. Ich will jetzt Rehfleisch. Wenn nicht, brechen wir es nach dieser Folge, aber wir versuchen es jetzt tatsächlich nochmal. So. Spiele. Quatsch. Drogenobst. Kennst du nicht aus? Barst. Oh. Was ist das Bockbluttrank? Ausdauern. Ja, aber. Ich könnte nen Happen vertragen. Ja, ich hab gerade was gegessen doch. Gib dann. So. Ähm. Hier war ein Hirsch, aber kein Reh. Hier gibt's so viele Mondblumen. Wisst ihr noch, werden ja mal diese Mondblumen in Quest. Und hier werden wir in der Gegend rum nicht verstößt. Ah. Schön irgendwie, ne? Die Vögel zwitscheln. Samstag früh, 8 Uhr im Wald. Ein Traum. So. Noch ein größeres Träumler wärs, wenn wir jetzt endlich mal hier Reh finden würden. Ich sag mal selber, die Reh zu finden, ist sicher nicht gerade schwer. Was ist das hier? Ist das ein besonderer Ort oder einfach nur so? Hier ist ein Weg. Ach Freunde, das gibt's doch nicht. Ah. Ich könnte aber tatsächlich nur mal den Weg hier entlang gehen. Einfach, weil wir's können. Ah. Das ist aber eine schöne Aussichts-Plattform, nennen wir's mal so. Ah. Schön. Die Geräuschkulisse, ne? Ah. Das ist einfach. Ein Traum ist das. Wenn die mit dieser Grafik wird schon reingemacht hätten, alter Verwalter. Ah. Das wäre schon ziemlich geil gewesen. So, jetzt gehen wir aber doch mal hier rein. Ich sehe auch nur Hasen. Ich frage mich ja, warum's... ... warum ist hier diese eine Kreuzung gehabt und warum jetzt hier ein Hund bellt? Das ist die Kreuzung, das ist hier die Kreuzung, ne? Ja. Das ist hier die Kreuzung, okay. Hier haben wir nix, weißte was. Wir werden langsam uns aus dem Weg, auf dem Weg Richtung Ausgang machen. Ich werde jetzt nochmal geschwind hier rüber gehen. Zum Ort. Was ist der hier, ne? Oder? War das der oder ist der tatsächlich hier hinten? Ne, es war der tatsächlich. Wäre auch nicht der Ort zum Verweilen. Ich stecke die mal weg. Vielleicht finden wir hier... Schöne Münze hätten wir hier bekommen. Schöne Münze. 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 keine bewegung weg mit der waffe das geht ganz schnell das war deiner freude Das bleibt! Wo ist mein Kaul? Fuck! Hast weiche Knie bekommen, was? Halt's Maul! Komm her, du Weichei! Halt's Maul! Hau ab! Hau ab! Halt's Maul! Nein! Du Arsch! Boah Leute, ohne Witz, ey! Penner, nächstes Mal sind die dran, echt! Da frage ich mich auch, wieso speichere ich da nicht, ne? In dem Zeitpunkt! Ah, leck mich doch fett! Ach, komm ey, Freunde! Äh, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin, wir gehen nochmal zu dem interessanten Ort. Ach, ist das jetzt nervig ey! Okay, hier ist das Maria! Ach, Mann, Mann, Mann! So, wir werden jetzt hier noch zu dem interessanten Ort, äh, rüberreisen. Dann werden wir uns ein bisschen umrüsten. Sprich, Schwert, Schild, Ausrüstung, et cetera, das Ganze blablablo. Und... Und da müsste ich die echt... Ach, das nervt mich jetzt, dass die mich da... ...nach 20 Minuten da... Ich dachte, ich kann mit dem reden, mit dem interagieren, dass wir da eine Quest bekommen, aber nein! Jetzt dachte ich, das sind hier Sitzdinger gewesen, okay. Schatz, mit X war wohl nix. Weiter geht's! So, wenn wir dann dort sind, dann werde ich auf jeden Fall mir... ...äh, werde ich dann auf jeden Fall abspeichern. Und dann sehen wir ja, was hier da noch geht. Ich bin zwar jetzt doch einer eher, der so Stealthy macht, oder einer auf Stealthy macht, den Spiel. ...aber ich werde doch gerne... ...wär ich doch im Kampf besser... ...wär ich doch im Kampf besser. So, hier sind wir schon, gratuliere. In diesem Sinne, liebe Freunde... ...komm, mach mal acht Stunden, zehn Stunden nach vorne spulen. Was gut ist, äh... ...theoretisch müssten doch wir hier pennen können, ne? Oder hätten schlafen können, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oh, ich könnte jetzt Eis essen, ne? Sieben Uhr in der Früh. Ach... So, ähm... ...liebe Freunde, wir machen... Ach, Mann, hab ich Hunger! ...wär auch nicht erst... ...wir machen mal... ...klar, jetzt sind die Wichteln immer da, ey. ...diese Penner... ...ok, dann hätte ich gesagt, machen wir hier tatsächlich... ...eine Folgenpause. Ähm... ...wir könnten es aber... ...den hier in der Gegend, glaube ich, wenn ich mich nicht recht irre... ...müsste es... ...Wildschweine geben, so ist es. ...die Abgebiete Wildschweine. Ja, ich denke, da können wir jetzt nochmal schnell... ...über... ...tschuldigung, da können wir jetzt gleich mal, glaube ich, nochmal schnell über den Berg gehen. Jetzt sind wir über den Berg nämlich. Und... Hey, wer ist da? Ja... Scheiße, das ist kein gutes Zeigen, liebe Freunde. Was, wir machen hier eine Folgenpause, in diesem Sinne. Wir sind jetzt schon wieder. Ich würde gerne den ihr Essen vergiften. Ich würde gerne den ihr Essen vergiften. Aufsetzen ist ja alles schön und gut hier. Wein vergiften haben wir leider nichts. Hey, wer ist da? Wer ist da? Hey, wer ist da? So, mein Freund. Gib er du. Gib er du, mein Freund. Rechts eins. So, wir plündern. Oh, eines Bandit nehmen wir auf jeden Fall mit. Groschen nehmen wir auf jeden Fall mit. Schwiedesert nehmen wir mit. Rinkelblumenaufguss nehmen wir mit. Silberring nehmen wir mit. Wildschweinhauer nehmen wir auch mal sicherheitshalber mit. Wildschweinhauer nehmen wir mit. Fuck, wir müssen... Fuck, hier sind noch zwei in diesem Sinne. Wir machen hier eine Folgenpause, liebe Freunde. Und ja, sehen uns dann wieder morgen in aller Frische bei Kingdom Come Deliverance. Dann werde ich auch hier nochmal schnell speichern. Macht's gut. Ciao, euer Franconia.